Musik Was sagten die ihr Chat? Habt ihr mehr Bock auf Horror? Ich hab auf jeden Fall, wie gesagt, zwei Games, die werden wir noch antesten. Vielleicht mal für den Heim oder auch für den ganzen Abend, je nachdem wie wir uns das geben, Flash. Hab ich so richtig Bock drauf. Jo. Alles bewegt sich immer, obwohl nichts dran kommen konnte. Jetzt links oder rechts? Ich würd sagen, den Weg mit dem Licht. What's wrong with this phone? Was ist denn da geschrieben? Ey, das war jetzt... Ne, mega... Das war jetzt ein mega Kutschstück, das so zu drehen, dass man es sehen konnte. Kann man denn so eine Steuerung machen? Hallo. Warum muss denn das eigentlich? Ich weiß doch gar nicht... Das sieht ja unanständig aus, aber wir wissen genau, worum es geht, ne? Wechselverbrennung. Mein Gott! Wie kann man das denn so umsetzen? Kann doch jedes Spiel auch. Okay. Ohne... Entschuldigung. 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 Wie gehe ich denn hier raus? Also hier, wenn wir diese Digger finden, knistert es immer. Jay! Anna! Where are you guys? Räume sehen krass aus, oder? Da bin ich gekommen. Wie will ich mich verarschen? Ja, nicht. Is anybody in there? Ich hab gar nichts gesehen. Das geht raus. Das sieht man eh nichts. Was ist hier? Weg A oder B? Da ist noch Haus. Ich würde jetzt erstmal hier langlaufen. Okay. Ich glaube, es finden beide Wege zum Haus. Einer nur halt... Außenrum. Aber hier könnten wir zum Geschrei kommen, oder? Na ja, ach Mist. Aber da waren wir dran. Das war nicht mit dem Bild, was ich so komisch nur drehen konnte. Jetzt bin ich überall im Wald. Auf jeden Fall mal nachgucken. Also so teuer ist das Ding, glaube ich, auch gar nicht mehr. Deine Buschfreunde. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Weg gesappt habe, oder? Ach, vertraue ich dem Game, ne? Jetzt wie es kommt. Was denn? Habe ich gepuppt, oder? Oh nein! Anna! Don't leave me here! Help me! Help me! Find ein Werkzeug. Wir haben ein Fahrrad. Kann ich ein Fetzer mit einschmeißen, zum Beispiel. Aber nein, das sagt das Game nicht. Ich muss ein Werkzeug finden. Einmal wird auch zum Fenster einschmeißen reichen. Das Ding macht so komische Geräusche. Hey, wir können ja nicht springen. Stimmt. Also ich lasse das Handy jetzt durchgehend an, weil... Ich glaube, Akku wird nicht leer gehen. Kann ich von hier aus rein? Warum kriege ich die Tür nicht auf? Oh, oh, oh. Irgendwie aus Geisterhand. Okay, mehr können wir nicht. Werkzeuge! Boah, das ist dieses typische Horror-Ding, ne? Die falschen Entscheidungen zu treffen. Komm, wir trennen uns. Nein, ich brauche ein Werkzeug. Äh. Äh. Nein, ich nehme den Kreuzschlitz. Sehr gut. Ich freue mich. Bei mir stehe ich jetzt alles ab. Okay. 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 Ja, instant kriegst du auf jeden Fall günstiger. Toll! Wie nutze ich das scheiß Ding? Warte, ich guck mal eben nach. Achja. Ja, und was ist mit den anderen Sachen, das kann doch noch viel mehr, das Game. Okay, also anscheinend werde ich das mit dem Schraubendreher nicht aufbekommen. Vielleicht muss ich ja hier noch was mitmachen. Ein Linkstreichhölzer. Drei neue. Oder zwei neue, weil die sich dazu addiert haben, kann ja auch sein. Langsam wird es aber dunkel hier, du. Ach komm. Lassen Sie mich rein. Damit knacke ich vielleicht erstmal den Schuppen. Da war mir drin. Boah. Boah. Vergesslich ist er. Boah. 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 Ein bisschen dumm zu gucken hier in dem Tor, aber ich will das mal ausprobieren. Gucken wir mal, ob wir da rumkommen. Der Zopf. Mir fällt eine Öffnung unten. Das war ein junges, weil da wo wir drin waren, war er eine Hündin und das war so ein, wie hieß er denn noch? Oh, ich habe das Telefon, ich habe das Fahrrad getreten. Das Telefon habe ich getreten. Komm hier nicht drauf. Auf jeden Fall mussten wir den Kleinen rechnen. Welpi, ist das Welpi? Ich will doch da einen Schritt hinter mir. Okay. Das kann ja jetzt nur noch irgendwas in dieser kleinen Scheune da noch sein. Alter, kann ich da mich nicht entfernen. Das ist ja mies. Das ist ja mies. Das ist doch mal eine Runde heiert, ne? Ja, scheiße. Ich bin gerade echt überfragt. Irgendwas für ein Trailer hier. Das war's 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 für ein Trailer hier. Bis zum nächsten Mal.